Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten, der Scheitel-Faktor. Oder wird auch oft als Krest-Faktor bezeichnet. Und der sagt aus, der Scheitel-Faktor ist ja der Krest-Faktor. Und der ist definiert als Scheitelwert durch Effektivwert. Also so ist der definiert. Machen wir mal ein kleines konkretes Beispiel. Dieser Sinus, den wir aus dem Hause kennen. Der hat ja 230 Volt effektiv. Also effektiv. Und eine Spitze, also das brauche ich doch einen bescheidenen Sinus. Und einen Spitzenwert hier. Also von eine, die Amplitude auch genannt. Diese Amplitude von 325 Volt hier. Also das Ganze hier. Basis 325 Volt. Also 325 Volt ist die Amplitude. Oder auch der Scheitelwert. So, und wie rechne ich jetzt diesen Scheitel-Faktor oder den Krest-Faktor aus? Indem ich sage, okay, der Scheitel-Faktor ist mein U-Dach durch mein U-Effektiv. Und das ist 325 Volt durch 230 Volt. Und das ergibt mir eine Wurzel 2. Was ja ungefähr so 1,41 und so weiter ist. Also so nochmal ein Geschehen. Okay, das ist der Scheitel-Faktor, das ist der Krest-Faktor. Also es ist irgendwie so ein Verhältnis zwischen Scheitelwert und Effektivwert. Und dadurch belasse ich es auch schon wieder. Jetzt wisst ihr, wie ihr sowas berechnen könnt, wenn es gefragt ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektro Technik in 5 Minuten.